Wir haben gerade über das neue Spielgerät. Super Mario Sunshine 64. Nee, Super Mario Sunshine. Für den Nintendo Gamecube. Eins auch der genialen Spiele, aber auch eins der verpacktesten Spiele der Welt. Ja, aber du wolltest Super Mario 4 Sunshine sagen. Stimmt's? Hä? Du wolltest Super Mario 4 Sunshine aussehen sagen. Nee, das wolltest du sagen, Trottel. Aber du hast es fast gesagt. Super Mario Sunshine. SMS. Abkürzung. Ach ja, du bist übrigens dran. Hallo? Boah! Guck mal, Leute. Das ist der Maxi-Pilz holen. Ich durfte weniger. Ähm, teile mich, was ich nehm. Ach so, stimmt ja. Ich hätte das Ding wieder nicht gedacht. Ich hasse das. Oh, nehmt Kraftpilz. Wir nennen den heute Homo-Pilz. Ne, der heißt Maxi-Pilz. Ne, der heißt Maxi-Pilz. Ne, Maxi-Pilz. Oh, Moment. Oh, Moment. Denkst du, ich komme da drauf? Ja. Kleiner Nachteil, ich kann keine Selbstsitz machen. Probieren wir ein anderes Mal. Okay. Mach's noch als nächstes nochmal. Kannst du mir da mal privat offscreen zeigen? Naja, ich könnte auch mal so ein sein. Oder tu einfach ein extra Video dazu machen. Extra Video, was extra kurz ist. Ich wollte gerade sagen, ich mach so ein extra Video. Machst du ein extra Video, machst du mit in die Game in die Game List. Wollen wir mal. Wetten das? Wetten, dass ich in Super Mario Galaxy auf die erste Insel komme. Oder so ähnlich. Guck mal, da hinten hast du deine schöne, geliebte Westenkönigin. Wo? Ach so, da hinten eine geliebte Regisse. Triffst nicht. Hab getroffen. Oh. Erstmal probiere ich was aus. Bloß zum Glück, ne? Das ist nicht Super Mario 64. Das ist nicht Super Mario 64. Alter, heute ist er schon längst gestorben. Das ist ein Glück, der hat, die schon zu sagen, ne? Der ist ohne diesen Luma aufgeschmissen hier drin. Ich meine, hier erstmal so da drüber steigen. Alter, da ist eine Levelgrenze, guck mal. Was? Da? Da hinten. Da ist die Levelgrenze. Ich hab sie einmal getroffen. Ich hab ihn noch getroffen, ne? Du sollst aber eine Stammattacke drauf machen. Deswegen hast du auch so ein Stammsymbol auf seinen Arsch oder so. Ich weiß. Ich hab aber auch alle gemacht. Hat man den Video gesehen? Ich hab Video gemacht. Ich weiß. Kein trinkt ja aber nix. Juhu. Schnuckiputz. Komm mal. Bam. Komm zu mir. Schnuckiputz. Nee, du musst den Gegner nur noch Schnuckiputz nennen. Schnuckiputz. Wollt? Äh, ich hab keine Idee verloren. Es ist nix passiert. Videobeweise. Nein, weil ich das alles rausschneiden werde. Das ist doch ein Schnittprogramm. Ja, aber der Speicher ist irgendwie nicht. Immer wenn ich was rausschneide, der und dann auch rausgehe, dann soll ich dir das machen, auch wenn du schieben. Okay. Jetzt kann sie ein Stellung sein, wo du auch sie in der Kamera warst. Ich hab das jetzt. Ich bin da. Ein Gourmet. Lalalala. 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 Oh, jetzt kommt schon der erste Blüte Gourmet. Das ist doof. Was machen wir? Lalalala. 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 Wie gesagt, es gibt einen, der mit tausend. Das ist der, der tausend Mark, ne? Lalalala. 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 Wir haben hier... Ich hab eigentlich aufgesammelt. Muss man ein paar daneben schauen? Lalalala. Ja, du kleiner Pedder! Was? Ja, warte mal, du kleiner Pedder! Eine Galaxie? Eine Galaxie, los, flieg hin! Das ist doch wieder ein Festgebiet. Äh, was? Glaube ich nur. Ach so, die Kekspaprik! Mampf! Den süßen Kuchen! Okay, ich mach den alleine! Alter Maul! Ah, warte! Eine kleine Challenge! Dieses Level im First Strike! Habe ich noch nie geschafft! Deshalb ist es so ein bisschen... Hallo! 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 Ich werde dieses Level jetzt im First Strike versuchen. Und das habe ich noch nie geschafft! Das ist die Athletics Team, ne? Ja, ich werde jetzt das Level im First Strike versuchen. Habe ich nämlich noch nie geschafft und... Also, perfekte Challenge! Hatshu! Ich glaube, der wird sich wieder total ärgern, ne? Wenn nicht immer Hatshu meine Runde fliegt runter. Hatshu! 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 Ich bin einfach mal am Rand und gewinn! Ok, erster Teil geschafft! Hatshu! Hatshu! Wie gesagt, noch nie! Wie kann man bei dieser Stelle sterben eher? Wie gesagt, ich habe es noch nie in First Try geschafft. Soll ich das mal spielen? Wenn ich das in First Try mache, gibst du mir einen Sixpack aus. Ich dachte eigentlich, ich habe es da drüber. Halt! Nein! Nein! Hör auf! Hör sofort auf! Hör sofort auf! Soll ich mal spielen? Nein! Wenn ich es in First Try schaffe, ich glaube, du lachst mich. Ich glaube, ich lache dich aus. Ich lache dich voll aus. Wow, so, so. Dann eben Second Try. Das ist eigentlich total einfach. Wenn man es eigentlich so versteht, tut eigentlich die Steuerung ein bisschen. Das ist eigentlich ein bisschen total einfach. Wow, so viel zu am Rand ist nix. Was? Guck mal da, die Teile, die Backen einfach mal so in der Backen der Wand rum. Ah. melHz Whoops. Alter, ich scheiß. Hä? Was war denn? Das ist ein Kreis im Back? Was? Nein, nein, nein! Mal so den süßenem Kuckuck sozusagen. Ich kann nicht mehr. Haltet durch, ja, Schatz. Direkt oh ne die Nase. Schatz, go. Oh. Oh. das leben des todes aber ich hab's gekriegt das leben des todes marcus sein geliebter sprung das leben des todes wow das war schnappt was war denn das für ein ähm war da gerade mario skelett ja da war gerade mario skelett sagt er wie gruselig sagt er ist nintendo verrückt in dem spiel alter ich hab jetzt gerade alter jetzt wirklich echtes wirklich ich hab jetzt gerade wirklich ernsthaft das mario skelett hat es gerade gesehen ehrlich ich spiele nicht im ernst das sieht man immer wenn er geschockt wird aber dass er auch direkt so backen tut dass das skelett so blöde mega doof runterfallen tut so richtig schön gruselig alter das ist so echt genial besser als ein horrorspiel und das wollen die kleinen kinder unter sechs andrehen mit so einem hässlichen back drin also weiß was haben für den süßen kuchen erst mal diesen keks nom 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 die nom nom die wollen immer kissnoms haben wo sind denn hier die McDonald accommodan wo sind denn hier die süßen Nom-Noms Wo sind denn hier die Nom-Noms? Die haben hier bestimmt sehr sehr viel spaß Nom-Noms, Kissnoms, ich will Kissnoms haben till then! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.